Das ist alles auf Aktien. Gleich geht's los. Bei unserem heutigen Werbepartner Grover kannst du Elektronik wie Laptops oder Smartphones ohne Anzahlung mieten und jeden Monat Geld sparen. Das monatliche Mietmodell ist schnell, einfach und günstig. Zuerst wählst du ein Gerät aus tausenden von neuwertigen Smartphones, Gaming-Konsolen, Laptops, VR und Smart Home-Gadgets und vielen weiteren Kategorien. Dann gibst du eine Mietdauer an von einem Monat, drei Monaten, sechs oder zwölf Monaten. Je länger, desto mehr sparst du. Keine Anzahlung oder Kaution. Nach ein bis vier Werktagen erhältst du dein Gerät. Schäden sind mit GroverCare abgesichert. Über normale Gebrauchsspuren brauchst du dir keine Sorgen machen. Du kannst es also wie dein Eigentum behandeln. Nach Ende der Mietdauer kannst du dein Gerät einfach weitermieten. Du kannst es kostenlos zurückschicken oder gegen ein neues tauschen. Eine Kaufoption steht dir ebenfalls zur Verfügung. Durch das Mietmodell hilfst du dabei, dass Elektronik länger lebt und du sparst gleichzeitig Geld. Also eine Win-Win-Situation für die Umwelt und für dich. Alles auf Aktienhörer und Grover-Neukunden bekommen mit dem Code ALLES35, alles groß geschrieben, die 35 als Zahl, alles 35. 35 Euro Rabatt auf den ersten Mietmonat ab einer Mietdauer von sechs Monaten. Gilt für alle Produkte. Alle Infos gibt es auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen heute über die Hoffnung auf die Tech-Bullen, den Zahlenreigen bei den glorreichen Sieben und was diese Woche sonst noch wichtig wird. Im Thema des Tages analysieren wir nach der Zolldrohung Trumps gleich zwei schwarze Listen für europäische Aktien. Und in der AAA-ID dreht sich alles um die lukrativsten Supermedikamente. Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Zschäpitz und Anja Ettl aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Heute ist Montag, der 28. Oktober und wir wünschen euch einen gelassenen Start in den Tag. Lässigkeit, die könnt ihr wirklich gut gebrauchen, denn wir stehen vor der geschäftigsten Woche der aktuellen Bilanzsaison. Mehr als 150 S&P 500-Firmen werden in den kommenden fünf Tagen Zahlen veröffentlichen, darunter fünf der Magnificent Seven, nämlich Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft und Meta. Aber hier bei Alles auf Aktien, da bekommt ihr die wichtigsten Informationen und könnt gechillt die Ereignisse auf euch zukommen lassen. Ja und der Wochenstart dürfte schon mal ganz gechillt ausfallen, denn der Ölpreis ist um rund fünf Prozent gefallen. Am Wochenende hatte ja Israel einen Vergeltungsschlag gegen den Iran gestartet, aber die Angriffe waren kleiner als angenommen und Öl- und Atomanlagen wurden außen vor gelassen. Brent fiel daraufhin unter 73 Dollar pro Fass, was ja schon mal positiv ist. Und entsprechend starteten die US-Futures im Plus. Der Nasdaq 100-Future lag 0,5 Prozent vor und der S&P 500-Future um 0,4 Prozent. Und vielleicht schafft der DAX ja in dieser Woche die 20.000 Punkte, die Moritz in der vergangenen Woche versprochen hat. Dann hätten wir hier das historische Ereignis. Das wäre schon mal ganz wunderbar. Das wäre jetzt zum ersten Mal eine Geschichte des DAX. Und Experten hoffen, dass die großen Tech-Konzerne gute Quartalszahlen liefern werden und der Nasdaq 100 möglicherweise auch ein neues Allzeithoch markieren wird. Der Tech-Cheerleader Dan Ives von Wettbusch hat die Investoren schon mal auf eine ganz große Woche eingeschworen. Er glaubt, dass die Berichtssaison belegen wird, dass die nächste Phase der KI-Revolution begonnen hat. Und er schreibt wörtlich, die Hyperscaler-Cloud-Unternehmen werden ein starkes Wachstum erzielen, das die Erwartungen der Börse übertrifft. Da eine große Anzahl von Arbeitslasten in die Cloud verlagert wird, wodurch die Voraussetzungen für eine Vielzahl von KI-Anwendungsfällen in Unternehmen geschaffen werden, die 2025 zum Einsatz kommen. So schrieb es Ives. Und dann schrieb er auch noch, der Tech-Bullenmarkt tritt in eine neue Phase. Ja, schauen wir mal. Jetzt könntest du mal schnaufen, wie so ein Bulle. Nee, das kann ich nicht. Das bleibt dir überlassen. Aber wir wissen ja gerade, die Big-Tech-Firmen wie Microsoft, Amazon, Meta oder Apple, die sind zuletzt seitwärts gelaufen. Und dafür liefen aber die kleineren Tech-Werte. Jan Beckers, BitGlobal Internet Leader, der ist auf Monatssicht 12 Prozent gelaufen. So rum. Und Frank Thelen, 10 mal DNA, hat 9,4 Prozent gemacht. Mal sehen, ob Big-Tech in dieser Woche wieder neuen Schwung bekommt. Und turbulent durfte die Woche für den Flugzeugbauer Boeing beginnen. Der hatte Sonntagnacht eine Kapitalerhöhung über 15 Milliarden Dollar an. Die können nicht teilweise in Aktien, teilweise in Convertibles, also Schuldtiteln, die in Aktien getauscht werden können. Und Boeing will damit versuchen, ein Downgrade der Ratingagenturen in den Ramschbereich zu verhindern. Und die Tiefschläge bei den Flugzeugen sowie der teure Streik der Gewerkschaften hatten Löcher in die Bilanz gerissen. Und Boeing selbst hat gerade mal einen Börsenwert von 95 Milliarden Dollar und 15 Milliarden Kapitalerhöhung. Das entspricht fast einem Sechstel. Wäre also wirklich eine heftige Verwässerung. Ja, und noch eine bemerkenswerte Kursbewegung gab es am Freitag. HelloFresh, die machten einen Satz um 20 Prozent nach oben. Der Kochboxen-Versender, der übertraf im dritten Quartal die Markterwartung für den bereinigten operativen Gewinn und ist deswegen auch für das Gesamtjahr etwas optimistischer. Und dass HelloFresh zugleich das Umsatzziel gesenkt hat für das Gesamtjahr, das fiel da irgendwie gar nicht mehr so ins Gewicht. Holger, machst du noch ein paar Termine? Ja, ein paar ist gut. Wir haben euch ja schon darauf vorbereitet, dass wir diese Woche besonders viele Termine haben. Fünf der Magnificent 7. Und daneben ist noch wichtig an der Wall Street Ford, McDonalds, Pfizer, PayPal, AMD, Chipotle, Visa, Caterpillar, Eli Lilly, Starbucks, Mastercard und Intel. Und in Deutschland gibt es Zahlen von BASF, VW und Airbus. Und auch von den Makrozahlen gibt es Spannendes. Das BIP in Deutschland für das dritte Quartal wird veröffentlicht. Und das dürfte mit minus 0,1 Prozent das zweite Minusquartal in Folge sein. Und dann wird Deutschland auch offiziell in der Rezession. Die Inflationsrate wird veröffentlicht für den Monat Oktober. Und aus Amerika gibt es die Arbeitsmarktzahlen. In gut einer Woche, da wird in den USA gewählt. An den Märkten wirft das wichtigste Ereignis des Jahres bereits seine Schatten voraus. Weniger an den großen Börsendizes wie dem S&P 500 oder dem deutschen Aktienindex DAX. Die notieren nahe Allzeithoch. Aber die Aktien exportabhängige europäische Unternehmen mussten in den vergangenen Wochen spürbare Verluste hinnehmen. Genau, denn die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump das Rennen macht, die ist zuletzt deutlich gestiegen. Laut der Internetwettbörse Predicted stehen die Quoten für Trump bei 61 zu 40. Und der Republikaner hat angekündigt, im Falle eines Wahlsiegs neue Zölle zu verhängen. Und genau das bringt eben europäische Exportwerte unter Druck. Die Investmentbanken Goldman Sachs und Barclays haben jeweils eine schwarze Liste mit betroffenen Unternehmen veröffentlicht. Und natürlich müssen wir euch die Werte heute mal vorstellen. Nicht, dass ihr die Titel jetzt Hals über Kopf verkaufen müsst, so nicht. Allerdings solltet ihr das Risiko kennen. Und Goldman Sachs hat 22 europäische Aktien identifiziert, die besonders unter höheren US-Zellen leiden würden. Bei Barclays, da umfasst die schwarze Liste sogar 28 Aktien. Und seit Ende September, da legt ja Trump in den Umfragen zu. Und seither haben auch beide Aktienkörper, also die mit den 22 bei Goldman und die mit 28 bei Barclays, kräftig verloren. Die Goldman-Liste 5% und die von Barclays sogar 7%. Und seit Jahresanfang, da liegen die 22 Goldman-Titel sogar im Schnitt 11% im Minus. Und das Barclays-Basket immerhin 2%. Und ihr wisst ja, die europäischen Indizes, die sind 16% im Plus und die amerikanischen sogar 24%. Also seht ihr, was da für eine Underperformance ist. Ja und Goldman Sachs rechnet nun eben damit, dass im Falle eines Handelskriegs die europäischen Gewinne im kommenden Jahr um 9% niedriger ausfallen könnten. Und das hieße dann ein Gewinn-Minus von 6%. Und bei den exportabhängigen europäischen Firmen, da wären die Zoll-Effekte besonders spürbar. Ja und jetzt wollt ihr bestimmt wissen, welche Firmen denn da nun genau auf diesen schwarzen Listen stehen. Bei Goldman kommen 8 der 22 europäischen Verlierer aus Deutschland. So finden sich die Autobauer Porsche, Mercedes und BMW auf der Liste. Bei Mercedes kommt fast ein Viertel der Umsätze aus den USA. Bei Porsche und BMW sind es rund 20%. Auch die Sportartikelhersteller Adidas und Puma gelten laut Goldman zu den Verlierern in einem Handelskrieg. Adidas erwirtschaftet 22% der Umsätze in den USA. Und bei Puma, da sind es 24%. Und auch der Chip-Anbieter Infineon oder die Chemiekonzerne Lanxess und Evonik finden sich auf der Liste. Ja und auch die Alkoholhersteller Diageo, Campari, Pernorica oder Rumi Quantro sind auf der Liste bei Goldman. Und einige der Konzerne, die leiden schon unter den Zöllen, die China verhängt hat. Und deswegen erwarten viele Experten auch so eine Art Zweitrundeneffekte. Also Trump will ja nicht nur 10% auf Güter und Dienstleistungen aus Europa verhängen, sondern auch 60% auf Importe aus China. Und das könnte eben zu Wachstumseinbußen auch in China führen. Und damit für europäische Exportwerte zu einer Art Doppelschlag führen. Und entsprechend finden sich auf der Goldman-Liste auch Industriewerte wie SKF, Assa, Abloy, Le Grand oder Cinefy. Und daneben noch die Logistiker Möller-Mers, Kühn & Nagel und die dänische Switzer Group. Und zu guter Letzt noch der Autobauer Volvo und der Halbleiterhersteller ST-Micro. Kommen wir zur Barclays-Liste, die ja sogar noch ein bisschen umfangreicher ist. Neben Porsche, Mercedes und BMW, die hatten wir schon auf der Goldman-Liste, findet sich auch noch der deutsche Autobauer VW darauf. VW erwirtschaftet 18% der Umsätze in den USA und wäre aber über China auch noch besonders betroffen, falls es da zu diesen Zweitrundeneffekten kommt. Ansonsten gibt es aus Deutschland noch die Gea Group und Covestro. Adidas ist bei Goldman und bei Barclays auch auf der Liste zu finden, also auch die noch. Und aus Europa findet sich der Luxuskonzern LVMH oder der Nobelautobauer Ferrari auf der Barclays. Es ist ja dazu noch die Industriegüterkonzerne Vestaswind, die finnische Vazila, IMI aus Großbritannien, Atlas Copco aus Schweden, VAT Group aus der Schweiz, Schneider Electric aus Frankreich, Ferrovial aus Spanien, Alberts aus den Niederlanden oder der Tech-Konzern Hexagon aus Schweden. Und daneben noch die Spezialchemiefirmen Akema, Givendon, Kroda und auch Müller-Mersk, Kühne & Nagel sowie die Spirituosenkonzerne Diaggio, Pernodica und Campari. Die sind auch mit dabei. Die waren ja bereits auf der Goldman-Liste mit. So ist es. Und Diaggio mit seinen Marken Johnny Walker, Gordons oder Swirnoff macht 37% der Umsätze in Übersee. So viel wie kein anderes Unternehmen, das sich auf der schwarzen Liste von Goldman und Barclays befindet. Auffällig insgesamt, es gibt viele Güterhersteller auf den schwarzen Listen. Denn genau hier haben die USA das größte Handelsbilanzdefizit mit Europa. Und genau da hat Trump in Interviews schon angekündigt, dass er eben Zölle erheben will. Join! Streaming und Live-TV kostenlos auf einer Plattform. Hier findest du das Beste aus Show, Reality, Comedy und das größte kostenlose TV-Angebot Deutschlands. Mit über 100 Sendern wie ProSieben, Sat.1, ARD und ZDF im Live-TV. Streame Shows wie Wer steht mir die Show? The Voice of Germany, Promi Big Brother oder Originals wie Worldwide Wohnzimmer oder The Race. Das ist jederzeit und kostenlos, nur auf Join. Die AAA-Idee des Tages. Wir müssen heute mal über ein, beziehungsweise eigentlich zwei Medikamente reden, die wir hier schon sehr, sehr oft erwähnt haben. Die Rede ist natürlich von den Novo Nordiskrachern, Osempik und Vigowi. Deren Erfolgsgeschichte war ja bisher schon fulminant. Eine Spritze, die ursprünglich zur Therapie von Diabetes Typ 2 gedacht war, wird ja oft auch wenig schmeichelhaft als Altersdiabetes bezeichnet und die ihm plötzlich als Medikament gegen Übergewicht den weltweiten Gesundheitsmarkt disruptiert hat. Aber damit muss diese Geschichte noch nicht enden, denn es verdichten sich die Hinweise darauf, dass Osempik oder Vigowi und auch die ähnlich aufgebauten Therapien Monjaro oder Seppound von Novo Nordiskonkurrent Eli Lilly noch viel mehr können, als den Blutzuckerspiegel zu senken, den Apäzid zu zügeln und überschüssige Pfunde schmelzen zu lassen. So deuten Studien darauf hin, dass auch das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sogar Alzheimer durch die neuen Supertherapien positiv beeinflusst werden könnten. In Fachkreisen wird schon länger darüber diskutiert, dass die neuen Diabetes- und Abnehmmittel entzündungshemmend wirken und dass sie den Gehirnstoffwechsel verändern. Sogar im Kampf gegen die Sucht könnten die gefeierten Medikamente deshalb womöglich helfen, vermuten zumindest einige Forscher. Es sind das natürlich alles bisher größtenteils nur Annahmen und Hoffnungswerte aus Studien, aber noch keine gesicherten Belege. Und natürlich haben insbesondere die beiden Hersteller Novo Nordisk und Eli Lilly ein Interesse daran, die Indikationsgebiete für ihre Goldesel zu vergrößern, um eben auf diese Weise den Patentschutz zu verlängern. Aber wenn sich auch nur ein Bruchteil dessen erfüllt, was da momentan so in Forscherkreisen vermutet wird, dann hätten Osempic und Co. tatsächlich das Potenzial, die, Zitat, Welt zu verändern, wie das das britische Magazin The Economist schreibt. Noch mehr als ohnehin schon, muss man hinzufügen, denn den Adipositas-Markt, den haben diese Therapien ja schon disruptiert und womöglich einige andere Branchen wie die Lebensmittel- oder Fitnessindustrie gleich mit. Und Osempic und Co. reihen sich damit längst ein in die Liga der erfolgreichsten Medikamente aller Zeit. Dazu gehören zum Beispiel auch das Antirheumamittel Humira von Epi, das Antidepressiva Prozac von Eli Lilly oder das Krebsmittel Keytruda von Merck, Sharp und Dome. Wir haben euch ja schon oft berichtet, dass Novo Nordisk dank des Erfolgs seiner beiden Kassenschlager zum wertvollsten Börsenkonzern Europas aufgestiegen ist. In den Jahren 2020 bis 2023 hat sich der Umsatz den Novo damit gemacht hat, von 2,8 auf 12,8 Milliarden Euro vervielfacht. Und auch Konkurrent Eli Lilly hat seit Beginn des Hypes kräftig gewonnen. Tja, und die Konkurrenz im Feld, die will da natürlich nicht länger auf der Zuschauertribüne fahren. Der Schweizer Pharmakonzern Roche zum Beispiel, der hofft darauf, ein Diabetes- und Fettwerkmittel in Tablettenform auf den Markt bringen zu können und sich so eben ein Stück von diesem gewaltigen Kuchen zu sichern. Das zumindest hat Roche-Chef Thomas Schienecker erst vor kurzem im Pressegespräch betont. Und für die Roche-Aktie, die in diesem Jahr zwar 18% zugelegt hat, auf 3-Jahres-Sicht aber über 30% im Minus liegt, wäre das tatsächlich ein willkommener Schub, wenn es denn gelingt. Denn Roche ist natürlich nicht die einzige Adresse, die das versucht. Über 100 Abnehmenpräparate befinden sich momentan laut dem Economist in den klinischen Phasen 2 und 3 der Pharmaindustrie, sind also schon relativ weit vorangeschritten. Auch Konkurrent Pfizer treibt die Entwicklung einer Abnehmpille voran. Und der amerikanische Konzerne muss dringend neue Blockbuster finden. Denn tja, nach dem Ende des Hypes um die Covid-Impfung soll natürlich irgendwas anderes an die Stelle dieses gemeinsam mit BioNTech entwickelten Impfstoffs treten. Der Covid-Impfstoff und die mRNA-Technologie, auf die er basiert, ist aus wirtschaftlicher Sicht auch ein solches Supermedikament, das den beteiligten Konzernen Pfizer und BioNTech in der Pandemie enorme Milliardengewinne beschert hat. Und die Suche nach weiteren Produkten inspiriert, die die Unternehmen jedes für sich auf dieser Basis entwickeln wollen. Seit dem Ende der Pandemie ist das Geschäft mit dem Covid-Vakzin allerdings drastisch eingebrochen. Beide Konzerne haben es natürlich auch an der Börse zu spüren bekommen. BioNTech liegt auf drei Jahre Sicht 62 Prozent im Minus und der ungleich größere Pfizer-Konzern immerhin noch knapp 35 Prozent. Tja, und so ein Risiko kann natürlich auch bei anderen Supermedikamenten und Vakzinen eintreten. Wenn zum Beispiel neue Therapien auf den Markt kommen, die noch wirksamer sind oder deren Darreichungsform verträglicher oder einfacher ist als die bisherige. Abnehmen Tabletten statt Spritzen hätten da auf jeden Fall das Potenzial, die bisherigen Therapien in weiten Teilen zu ersetzen. Und deswegen sind Eli Lilly und Novo da natürlich auch längst mit Hochdruck dran. Und was lehrt euch das nun alles als Anleger? Na, zum einen zeigt sich ja immer mehr, wie wichtig es ist, beim Pharmainvestment wirklich die Pipelines und die Studienlage einigermaßen im Blick zu haben. Und zum anderen ist nicht davon auszugehen, dass die Medizinwelt, wie sie sich heute präsentiert, auch ewig so bleiben wird. Genau, denn vor ein paar Jahren hätte ja wahrscheinlich niemand gedacht, dass es abseits von Diäten und Sport und meinetwegen noch Operationen zur Magenverkleinerung überhaupt mal etwas anderes geben könnte im Kampf gegen krankhaftes Übergewicht. Tja, und mittlerweile wird darüber diskutiert, dass ein Wirkstoff womöglich zur Allzweckwaffe gegen alle möglichen weitverbreiteten Krankheit werden könnte. Und auf solche Überraschungen, im Positiven wie im Negativen, muss man eben gerade im Bereich Pharma und Biotech immer gefasst sein. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, schicken sie einem in den Triple A, also AA-at-wildi oder gebt uns eine Bewertung. Und es gab ein paar Bewertungen zur Samstagsfolge, liebe Anja. Ja, Überraschung. Und der Didi, der scheint dich irgendwie nicht so vermisst zu haben. Er schreibt zumindest, endlich mal ein Podcast, der die sozialkommunikativen Regeln unserer Gesellschaft berücksichtigt, berücksichtigt, ausreden lassen, kein andauerndes Dazwischenquatschen und keine endlosen Moderatorin-Monologe. Andere wiederum, wie Hörer und Namensvetter Holger, die hätten sich in der Folge mehr kritische Zwischenfragen gewünscht, gerade weil der Patente-Ansatz, der da besprochen wurde, eben nicht unumstritten ist. Aber, naja, man kann es ja ohnehin nie allen recht machen. Und selbst das Thema Weihnachtsbaum ist total kontrovers, habe ich gelernt. Das stimmt, das hat ja hier Nando und Moritz besprochen. Wann stellt man den berühmten Weihnachtsbaum auf? Und Hörer Markus hat uns geschrieben, dass er sein immer schon Mitte Dezember aufstellt, weil es für uns, und so schreibt er, nichts Gemütlicheres gibt, als das Wohnzimmer mit den strahlenden Lichtern des Weihnachtsbaums zu beleuchten und dabei gemütlich am Abend mit der Familie zusammenzusitzen. Dieses Gefühl würde ja vollkommen verloren gehen, wenn er nur ein paar Tage stehen würde, so hat er geschrieben. Tja. Tja, also bei uns steht der Weihnachtsbaum immer bis zum 6. Januar. Das sind dann schon ein paar Tage. Bei uns immer erst ab dem 24., weil vorher ist er noch gar nicht da. Ja, ja, vorher ist er noch gar nicht da. Also insofern, das siehst du, also. Ja, aber ehrlich gesagt, ich kann ja nicht glauben, dass wir hier über Weihnachtsbäume diskutieren. Kürbisse wären passender. Immerhin ist ja diese Woche die Halloween-Woche. Und, wie schon erwähnt, die Woche, in der die meisten der glorreichen 7 Zahlen vorliegen. Für Spannung ist also gesorgt. Und natürlich wollt ihr dabei sein. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.